Holes ist eine Stadt im Orochrispa-Dubice zwischen Radekralove und Svitavi, die Gemeinde zählt etwa 7000 Einwohner. Geschichte 1336 wurde der Ort unter dem deutschen Ortsnamen Ekeleinsdorf erstmals urkundlich erwähnt. Es gehörte zur Herrschaft Schweinhof und war im Eigentum des Königs Johann von Luxemburg. Im 15. Jahrhundert spricht man bereits von einem Städtchen, welches kurze Zeit danach wegen der dort verbreiteten Holzbauweise ausbrannte. Stehen blieb das Rathaus, welches allerdings 1945 zerstört wurde. Einer der wichtigsten Eigner der Stadt war Naftalim von Frimburg, dessen Vater die Stadt 1481 erworben hatte. Naftalim befreite die Einwohner von Steuern und Frondiensten, die Stadtrichter erhielten vollkommene Freiheit in ihren Entscheidungen. Er gab der Stadt das Braurecht und ließ ein Stadtbad errichten. Nach seinem Tod erhielt Holes 1493 Hüneg Bratlecki von Meckhoff, der es mit weiteren Privilegien ausstattete. 1507 gelangte es an Wilhelm II. von Pernstein. Persönlichkeiten Ambros Bechka, Bechka, seit 1825 ab des Zisterzienser Stifts Lilienfeld. Frantischek Bettner, Kaufmann und Gendarme, Museumarbeiter, Begründer der Motocross-Veranstaltungen und des Campingareals im Ort. Theo Bernesch, deutscher Politiker und Mitglied im Nationalsozialistischen Reichstag. Sedenek Bietlos, Rundfunkredakteur, Schriftsteller und Dramatiker, Autor von Hörspielen und Romanen. Wojtek Kasch, tschechischer Schriftsteller und Dramatiker, Josef Dodic, Pfarrer, Schriftsteller, Berichterstatter und Übersetzer. Karel Dodic, Architekt und Bauherr, Maler und Grafiker. Karel Holik, Schauspieler und Opern sowie Operettensänger, Tenor, der vor allem in Brunn auftrat. Emil Holub, Afrika-Forscher. Jan Holub, Musiklehrer, Kapellmeister, Komponist und Musikverleger, Inhaber des Musikverlages, Edition Holub und HHH. Harry Horner, Bühnen- und Filmarchitekt, Regisseur und Produzent. Jan Jerauch, Rechtsanwalt und Patriot, Maler. Ohumil Kasper, Musiklehrer, Organist, Komponist und Publizist. Jaroslav Kament, Fabrikant einer Handschuhfabrik in Wien, Autor des Buches Der Handschuh und seine Geschichte. Josef Malichowski, Bildhauer, Träger der Auszeichnung nationaler Künstler. Karel Malich, Bildhauer, Grafiker, Maler. Frantische Karel Oper, Autor von Fachliteratur und Patriot. Jerzy Pladenker, Fotograf und Künstler. Karel Schäbol, Musikpädagoge, Komponist, Dirigent. Jaroslav Safarik, Musiker, Dirigent und Komponist. Katerina Dodkova, tschechische Triathletin.